Herzlich willkommen zurück an Bord. Eine sehr schöne und sehr besondere Woche, denn nach einem Jahr Auszeit geht es diese Woche nach Berlin zur BerlinCon. Und ich weiß, es haben mich sogar ein paar angeschrieben und gefragt, hey, bist du da? Ja, ich werde da sein. Ich habe diese Woche mehr freigenommen. Und am Donnerstagabend geht es schon los nach Berlin und dann werde ich alle Tage da sein und ich freue mich tierisch drauf. Denn die erste BerlinCon, auf der ich war, 2019, war mit der schönste, ich weiß, ich habe das schon oft gesagt, aber es stimmt halt auch, der schönste Spiele, Brettspiel, zwischenmenschliche Kontakte, den ich jemals hatte. Sehr, sehr viele nette, coole Leute da kennengelernt oder generell Beziehungen irgendwie aufgebaut zu Leuten, die ich schon vorher ein bisschen kannte, aber da nochmal in einem spielerischen Kontext noch mehr kennengelernt. Und Kontakte, die bis heute aufrechterhalten sind. Nils und Svenja habe ich da kennengelernt, die habt ihr ja auch schon in einem Video gesehen. Die werden auch wieder mit mir da sein, freue ich mich tierisch drauf, die da zu sehen, auch wenn die aus Köln kommen und ich aus Bonn komme und wir uns dann wieder in Berlin treffen. Aber irgendwie, ja, da, wo wir uns kennengelernt haben. Aber auch für euch, wenn ihr da seid, sprecht mich gerne an und vor allem lasst mir in den Kommentaren da, wie ihr es das letzte Mal fandet, worauf ihr euch freut, welche Leute ihr kennengelernt habt. Das lese ich sehr, sehr gerne, weil im Kontrast zu vielen anderen Brettspiel-Conventions steht bei der BerlinCon nicht unbedingt die Spiele für mich im Vordergrund, sondern das Kennenlernen der Leute durch Spiele, weil es halt so klein familiär ist. Ich hoffe, dass es cool wird. Ich habe nichtsdestotrotz trotzdem 13 Spiele heute zusammengestellt, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und dazu zwei vorausschauende Argumente, beziehungsweise Sachen, die ich sagen möchte. Erstens, ich habe keine Ahnung, ob jedes von den Spielen da verfügbar sein wird. Wahrscheinlich nicht. Bei manchen sogar höchstwahrscheinlich nicht, weil die erst nächstes Jahr rauskommen. Aber es sind Spiele, worüber ich mich gerne mehr informieren würde, die ich gerne mal testen würde im Rahmen eines Prototypen. Oder vielleicht gibt es auch schon erste Pre-Production-Produktionen, die da sind. Und zweite Sache, es sind nicht unbedingt nur brandneue Spiele, sondern es sind auch schon Spiele, die teilweise mehrere Jahre auf dem Buckel haben, die ich aber da nochmal spielen möchte. In einem Setting, was man normalerweise halt nicht hat. Mit unbekannteren Leuten, mit einer größeren Gruppe. Ja, ich freue mich da sehr, 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 sehr drauf. Wir springen mal an den PC. Und dann seht ihr nämlich auch schon. Ich habe nochmal die BerlinCon-Seite aufgemacht, weil ich die Nummer 14, ihr kennt mich, ich habe immer noch so eine Sache, die ich da noch mit draufpacken möchte. Und zwar ist das der Flohmarkt. Das ist jetzt kein Bild vom Flohmarkt, aber ich habe auf die Schnelle keins gefunden. Das sind ein paar Impressionen von der 2019er BerlinCon. Aber es gibt einen riesen Flohmarkt, auch dieses Mal wieder der, das hier ist der Einlauf bei der letzten BerlinCon. Und am hinteren Teil gab es einen Flohmarkt, das wird nicht die ganz gleiche Location sein, aber es wird trotzdem wieder einen Flohmarkt geben, wo man gebrauchte Spiele kaufen kann. Und da sind einige Schätze dabei. Ich habe auch ein paar mitgebracht. Sachen, die aussortiert wurden, weil ich halt Platz für Neues brauche während der Convention-Season. Das ist meine 14. Auf den Flohmarkt freue ich mich sehr, 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 was da für Schätze und Spiele, die man normalerweise irgendwie nicht mehr auf dem Radar hat oder die es vielleicht nicht mehr gibt, die man da holen kann. Aber damit geht es wirklich los mit der Top 13 und die heißt ironischerweise Top 10. Ein Spiel, was mir auch Nils empfohlen hat, beziehungsweise er hat es auf meinen Radar gebracht. Und zwar ist das ein Spiel, was glaube ich in so einem Setting wie der BerlinCon auch super gut funktionieren kann. Ich hoffe, dass es da eine Variante gibt, ein Exemplar irgendwo da sein wird bei einem der Stände oder vielleicht auch in der Bibliothek. Denn lass mich auch dazu sagen, vielleicht gibt es das ja auch bei der BerlinCon zum Ausleihen. Und zwar ist das so ein typisches Rankingspiel, sowas wie Wavelength, wo wir probieren einzuschätzen in der Gruppe, wer welche Antwort gibt oder gegeben hat und das auch so ein bisschen Rückschlüsse zulässt, auch was das für eine Person ist und Leute kennenlernen so ein bisschen. Ich habe es mir erklären lassen, als zum Beispiel gibt es da eine Frage, ich weiß nicht, ob diese Frage wirklich dabei ist, aber als Beispiel, wie nennst du deine Ehefrau? Dann geben die ganzen Leute, also einer als Spielleiter, der fragt die Frage und die anderen Leute am Tisch geben dann jeweils eine Antwort ab. Und dann sagt zum Beispiel einer Schätzchen, der eine sagt Mausi und der eine sagt Dreckstück. So, und der Spielleiter muss dann zuordnen, wer hat die Karte mit der Nummer 1, also das am wenigsten herzliche Kosename für die Ehefrau und wer hat den höchsten, also den herzlichsten Kosenamen für seine Ehefrau. Ist jetzt natürlich sehr simpel bei dem Beispiel, aber trotzdem glaube ich, dass das ein Mittel zum Zweck sein kann, wo sehr, sehr witzige Runden entstehen können und sowas finde ich immer sehr witzig. Ich hoffe, dass es das vielleicht sogar auf Deutsch gibt, weil das natürlich der Spielfreude dann sehr, 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 sehr entgegenkommt, wenn man die Fragen nicht noch ersetzen, beziehungsweise übersetzen muss. Aber ich bin gespannt, was natürlich steht und fällt das mit den Fragen, die in dem Spiel mitkommen. Ich weiß nicht, inwieweit das zweideutig sein wird, inwieweit das erwachsenenfreundlicher oder kinderfreundlicher sein wird, aber ausprobieren möchte ich es auf jeden Fall. Deswegen ist es natürlich auch auf dieser Liste auf Nummer 13. Nummer 12 ist ein Spiel, wo ihr gesagt habt, jetzt bestimmt, Moment mal, das gibt es doch schon eine Weile, ich habe extra das zweite Cantaloupe hier draufgepackt, denn das erste, was ich glaube sogar schon letztes Jahr rauskam, ist mir durch die Lappen gegangen. Cantaloupe wurde mir als Point-and-Click-Adventure verkauft, beziehungsweise angepriesen und ich bin ein riesen Fan von Point-and-Click-Adventures. Also für Leute, die es nicht wissen, das waren so die mit die ersten Computerspiele, die es gab, wo wir Rätsel lösen müssten, wo wir uns an verschiedene Orte begeben können, aber eigentlich relativ frei uns in der Welt umherrätseln konnten. Dann wurde Fokus gesetzt eben auf die Hintergrundgeschichte der Charaktere und wie lösen wir uns oder wie befreien wir uns aus verschiedenen misslichen Situationen mithilfe von, nimm hier was mit, kombiniere das hier mit dem und dem und dann können wir diese Tür da und eröffnen. Aber man ist relativ frei, an welche Orte man wann gehen kann. Häufig auch noch mit vielen Interaktionen, mit vielen Charakterinteraktionen, wo wir dann bestimmte Dialoge machen müssen. Ich weiß nicht, inwieweit das hier so umgesetzt wird. Die ersten Eindrücke, die ich von dem ersten Cantaloupe bekommen habe, waren sehr, sehr positiv, die ich gehört habe. Und ich hoffe, dass ich, ich weiß nicht, ob das Convention-Setting der Berlin-Con das richtig ist, um das wirklich auszuprobieren, aber um es mal mit einzusacken, wenn es das da gibt, wenn das irgendwo da sein sollte, dann wäre das auf jeden Fall was für mich. Denn die Spielzeit, ihr seht das hier, ist mit 360 bis 27 Minuten angegeben. Ich nehme aber mal stark an, das ist das ganze Setting und man muss das nicht, also die ganze Geschichte, man muss das nicht in einem Akt durchspielen. Lasst mir aber gerne einen Kommentar da, wenn ihr sagt, das habe ich schon gespielt, das erste Cantaloupe, das ist was, das gefällt mir oder das fand ich aus dem und dem Grund nicht so gut. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon erwarte, deswegen ist es in Anführungszeichen nur auf Nummer 12. Trotzdem bin ich sehr, sehr gespannt, das rauszubekommen. Kommt auch, glaube ich, im Deutschen von Lookout Games. Aber ich freue mich, wenn es in die Fußstapfen von Salmon Max und Monkey Island und sowas tritt. Und wenn ihr erkennt, was in diesem Video generell eh schon darauf hindeuteln lässt, dass ich auf Point-and-Click-Adventure steht, dann lasst es mal in den Kommentaren da, weil es gibt eine Sache in diesem Video, irgendwo hier in diesem Raum, irgendwo, was an eins meiner Lieblings-Adventure erinnern lässt. Ja, bin wirklich gespannt, ob es jemand rausbekommt. Nummer 11 ist kein Spiel, sondern die Erweiterung zu einem Spiel. Wie gesagt, auch da weiß ich nicht, ob sie verfügbar sein wird, kommt ja bei CGI auch raus wie das Grundspiel. Und zwar die verlorenen Ruinen von Arnak Expedition, die das, oder Anführer von Expedition. Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt. Bisher ist, glaube ich, auch hier nur die englische Version angekündigt. Ja, also ich nehme nicht an, ich bin relativ sicher, dass die deutsche Version noch nicht verfügbar sein wird. Vielleicht nicht mal in Essen, ich habe keine Ahnung. Aber ich hoffe, mir mehr Informationen rausbekommen zu können. Vielleicht einen Prototypen oder sowas zu sehen, vielleicht hat ja jemand da was dabei. Denn ich weiß nicht mal, welche Brettspielfirmen überhaupt auf der Berlin-Kon vertreten sein werden, wer da noch einen Repräsentanten hinschickt oder sowas. Aber das ist wirklich was, weil ich die Verlorene Ruinen von Arnak jetzt noch ein paar Mal gespielt habe dieses Jahr. Was wirklich ein meiner Highlights der letzten ganzen Jahre wird, also der letzten fünf Jahre. Ich finde, das ist so ein tolles, interaktives Kartenspiel, also Kartendeckbuilding-Spiel. Und ich freue mich auf mehr Inhalt, mehrere Sachen. Und ich glaube, es soll asymmetrische Start, nicht Schwierigkeiten, Start, wie nennt man das, Fähigkeiten bringen. Danke, das war das Wort. Und freue ich mich sehr drauf. Vor allem, weil es auch nochmal von Start an nochmal mehr, klar, bei verschiedenen Startbedingungen, nochmal mehr Fokus auf was anderes gibt. Das heißt, ich kann das schon von Anfang an besser. Ihr könnt das schon von Anfang an besser. Und das passiert normalerweise bei Ruinen von Arnak erst so im Laufe der ersten zwei Runden, dass man sich da so ein bisschen von den anderen durch die Entschlüsse, die man da schließt, herauskristallisiert, wo man besser ist, was man besser kann als die anderen. Deswegen, ich freue mich drauf auf die Ruinen von Arnak, die erste Erweiterung. Dann ein Spiel, wo ich sehr, sehr, sehr hoffe, dass es gut wird. Das könnte auch totaler Mist sein. Aber es hört sich sehr cool an. Die Prämisse ist, dass, also Last Message, so heißt das Spiel von Yellow, wo wir, also es sieht ein bisschen so aus, als wäre es ein Klon von Mikro-Makro. Ich kann mal, ich habe, glaube ich, ein Foto hier auf. Genau. Also ihr seht, die Karte ist hier bunter, ja. Auch so ein Wimmelbild-Art. Das sind mehrere Wimmelbilder. Und es gibt einen Spion, der sich irgendwo versteckt, glaube ich. Und dann gibt es eine Phase, in dem der Spion sagt, wo er ist, einem Spieler. Und der hat dann, ich glaube, 60 Sekunden oder so was, oder noch nicht mal so lange, Zeit hier auf diese Spielbretter, die ihr da seht, zu schreiben, Tipps zu schreiben, so viele er kann. Ich glaube, es ist viel kürzer Zeit, 15 Sekunden oder so was. Begriffe zu schreiben oder Ort zu markieren, vielleicht auch hinzuzeichnen, wo der Verräter sich befindet. Aber bevor das an die anderen Spieler geht und die raten dürfen, darf der, und das ist hier in einem Foto ziemlich gut, ist das hier, ja genau, ist das hier relativ gut abgebildet. Da darf der Verräter dann nochmal ein paar von diesen neuen Rastern hier ausradieren. Also, wir verstanden hier wahrscheinlich Diamant oder so was. Also, die anderen probieren dann halt, angesichts der Tatsache, dass da nochmal Störfeuer zwischengeschoben wurde, trotzdem rauszubekommen, wo der Verräter sich in dieser Karte befindet. Ich finde das eine sehr, sehr knuffige, witzige Idee. Ich bin mir aber nicht sicher, wie die Umsetzung ist. Aber ich finde es sehr, 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 sehr faszinierend, dass das funktionieren kann. Da bin ich mir sicher. Yellow ist ja auch ein guter Verlag, der sowas generell immer gut macht und vor allem auch mit einer tollen Optik versieht. Aber, ja, wenn das gut funktionieren kann, dann glaube ich auch mit einer größeren Gruppe in so einem Setting wie der BerlinCon. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber das ist das Spiel, was am ehesten für mich jetzt das Potenzial hat, noch höher zu gehen, noch viel, viel höher, sogar das Topspiel zu werden für mich, als auch komplett abzusacken und gar nicht mehr auf irgendeiner Top-Liste zu landen. Aber Last Message auf jeden Fall was, wo ich mein Augenmerk drauf richte. Genauso wie auf die Nummer 9. Und zwar ist das ein Spiel, was definitiv nicht da sein wird. Das weiß ich, weil es gerade erst auf Kickstarter ist. Und zwar ist das Eleven der Football Manager. Ist bestimmt eine sehr begrenzte Zielgruppe, die das auch interessant findet. Man muss schon Fußball interessiert sein wahrscheinlich oder zumindest Managerspiele gut finden und dann mit dem Thema einigermaßen okay sein und sagen, naja, Fußball interessiert mich nicht, aber managen mache ich gerne. Ist halt eine Wirtschaftssimulation, wo wir ein Fußballteam, nicht nur die Mannschaft, sondern das Team dahinter mit Physios und Einkauf der Spieler, Verkauf der Spieler und sowas, alles handeln müssten. Es ist aber was, was in den ersten Videos, die ich dazu gesehen habe, sehr, ja, sowohl realitätsgetreu als auch genug abstrahiert aussah, als dass es nicht irgendwie so klein, klein, mikro, mikro ist, sondern so abstrahiert, dass man mit allen Aspekten des Fußballmanager-Lebens so ein bisschen, ja, im Brettspiel-Design quasi Vorlieb nehmen kann, aber nicht dauernd irgendwie, dass jetzt eine Saison gefühlt sieben Stunden dauert. Das sah in den ersten Videos wirklich gut aus. Ich hoffe, dass es zumindest einen Prototypen oder sowas vielleicht gibt oder zumindest mehr Informationen daraus sind. Ich habe mir das Rado-Video angeguckt, aber vielleicht dann selber tatsächlich mal Hand an die Komponenten anlegen zu können in einem Setting wie der BerlinCon, fände ich ziemlich cool. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ich habe nur ein Szenario gesehen, was Rado da vorgestellt hat in seinem Video, was, glaube ich, auch sogar solo war. Und wie das dann gegeneinander aussieht, da wäre ich interessant oder interessiert dran, weil so bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das unterstütze. Ich glaube, es ist gar nicht Kickstarter, sondern GameFound oder sowas. Auf jeden Fall ist es momentan bei einer Crowdfunding-Plattform online von Designer, ich wollte gerade sagen, Ignasi, es stimmt aber nicht, der hat nur bei der Entwicklung geholfen, nur in Anführungszeichen. Ich glaube, es ist schon auch ein Kind von ihm, sondern Thomas Jensen, der seines Zeichens, ich weiß gar nicht, ob der schon was anderes gemacht hat, schauen wir mal. Oh ja, viele, viele, viele Sachen, aber nichts, was mir jetzt auf Anhieb bekannt vorkommt. Sortieren wir mal nach Rank. Ugo, ja, das habe ich schon mal im Regal stehen sehen, aber sagt mir tatsächlich nichts. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf Eleven und bin mal gespannt, ob wir da mehr Informationen erhalten können. Wenn dem so sein sollte, werde ich es euch wissen lassen in einem weiteren Video, weil das ist wirklich ein Spiel, was, glaube ich, auch viele, und vor allem auch, weil das Cover so sehr angelehnt ist an die ganzen Football-Manager, FIFA, wie heißt es nicht, FIFA-Club-Manager oder sowas, die Reihe, sieht sehr, sehr cool aus und ist auch mal was anderes. Also selbst für Leute, die das Thema vielleicht nicht so zu schätzen wissen, glaube ich auch, dass das schon mal was anderes ist. Genau wie Prêt-à-Porter ja auch von Portal Games rauskam, wo das so eine Modebranche ein bisschen war. Ich bin immer dankbar für Spiele, die mal ein anderes, frischeres Thema aufgreifen. Dann ein Spiel, was, ich wollte gerade sagen, definitiv verfügbar ist. Es ist auf jeden Fall schon draußen. Ich habe es nämlich schon bei Freunden auf dem Tisch liegen sehen, habe es aber leider noch nicht gespielt, wie keins der Spiele auf dieser Liste. Und zwar Cascadia von der gleichen Illustratorin Beth Sobel wie auch Kalikova. Und ich glaube, in dessen Reihenfolge steht es auch so ein bisschen. Leicht zu erlernende Spiele mit sehr, sehr kniffligen, knackigen Entscheidungen, die man schon mit etwas erfahreneren Spielern spielen sollte, aber trotzdem würde ich sie noch als Familienspieler einordnen. Zumindest wirkt es so. Und das hier soll wirklich gut sein. Ich habe die Freunde dann interviewt und gesagt, ja, 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 das soll richtig, richtig gut sein. Auch hier müssen wir ein bisschen puzzeln, wie das bei Kalikova. Ich probiere mal ein hochauflösenderes Foto zu finden. Ja, genau, weil hier gibt es ganz, ganz viele Zielkarten. Jedes Spiel wird aus einem anderen Zielkartenset zusammengestellt. Je nachdem, für welche Tiere ihr da zusammengepuzzelt habt, welche Gebiete ihr das zusammengepuzzelt habt und wo ihr welche Tiere habt einziehen lassen, die ihr euch vom Tisch gedraftet habt, gibt es in jedem Spiel für was anderes Punkte. Und das ist so ein bisschen ja auch wie bei Tiny Towns, eins meiner Lieblingsspiele, wo jede Spielrunde erstmal geguckt werden muss, wie sind denn jetzt überhaupt die Punktearten hier schaffbar? Was ist diese Spielrunde wichtig? Worauf müssen wir unser Augenmerk setzen? Und dazu kommt natürlich die wahnsinnig tolle Illustration wieder. Das sieht wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Und das Auge spielt mit. Das kann man ja, finde ich, nicht anders behaupten. Und wenn dann noch die Ikonografie, wie es auch bei Kaliko war, ziemlich eindeutig ist und dem nicht im Wege steht, ja, ist ja ein bisschen so ein kleiner Trend, finde ich, nur dass so Spiele nicht nur seit Flügelschlag, sondern auch seitdem, und es wird auch nicht das Letzte auf der Liste sein, so mit so Naturthemen herkommen, das finde ich auch sehr, sehr schön. Und wenn es da ist, ist das eines der ersten Spiele, was ich wirklich testen möchte. Kaskadia auf Nummer, wo sind wir? Auf Nummer 8. Dann Nummer 7. Ich habe schon ein paar Mal drüber geredet, letztes Jahr schon, und es ist eines der am heißesten erwarteten Spiele für mich dieses Jahr gewesen. Ich habe bisher noch nichts davon mitbekommen, außer Leute, die mir gesagt haben, hey, ich habe es per Zoom gespielt, ich habe es per, nicht per Zoom, per Tabletop-Simulator gespielt. Das war richtig, richtig gut, hat mir richtig Spaß gemacht, sieht aber nur hässlich aus. Ja, es kommt ja bei Strohmann Games. Ich habe es sogar, glaube ich, aufgerufen hier. Ja, genau. Und hier steht drittes Quartal 2021, also langsam sollte es eigentlich auch auf Deutsch eintrudeln. Ich weiß nicht, ob Strohmann Games bei der BerlinCon da sein wird, aber selbst wenn es so eine englische Variante gibt, würde ich die gerne mal da testen. Kann ja gut sein, dass die in der Bibliothek ist. Ist ja so ein Technologiebaum-Spiel, wo wir uns unseren eigenen Technologiebaum zusammenbauen. Ja, man kann wirklich nicht anders sagen, dass es natürlich ziemlich schlecht aussieht. Also das hier geht noch, ich finde, das ist zweckmäßig, aber es geht halt, der Fokus liegt definitiv auf den Karten, die man hier hinpackt, die einfach nur, ja, lesbar sein sollen und jetzt nicht mit irgendwelchem Artwork, was natürlich schön gewesen wäre, aber irgendwie dann verwässert werden sollte. Ich freue mich wirklich sehr drauf, was das, es klingt nach genau meiner Art Spiel, wo jedes Spiel quasi wir uns, generell mag ich Technologiebäume und so Tech-Tree-Spiele. Das ist meistens, wenn das nur so ein kleiner Part bei einem Spiel ist, meistens schon mein Lieblingsteil des Spiels. Und wenn das hier das ganze Spiel daraus besteht und wir noch eine eigene Fähigkeit haben, die unserer Fraktion im Weltall dann angehört, ja, freue ich mich, das sage ich häufig, aber es ist ja die Vorfreudeliste auf, jetzt hätte ich bei einer ersten gesagt, nein, auf die BerlinCon. Und darum geht es eben. Und das ist schon lange, seit fast einem Jahr jetzt auf meinem Radar drauf. Und wenn das da ist, dann werde ich auch das, kurz nach Cascadia, werde ich mir das unter den Arm schnappen, weil Cascadia ist zwar weiter unten, aber von Beyond the Sun, A, dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger, das an den Tisch zu bekommen und vielleicht auch nicht in jeder Runde spielbar. Und dann bin ich mir da auch sicher, dass das noch höher in meiner Jahrestop-Liste dann landen kann als Cascadia. Aber wer weiß es schon, wir werden es sehen die nächsten Wochen und Monate. Dann ein Spiel, ich habe es eben erwähnt, es sind auch Spiele drauf, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Und eins davon ist Deception, Murder in Hongkong. Was hier auf der Nummer 6 ist, ich hatte erst überlegt, packe ich die Crew drauf, weil ich das auch super, super gerne spiele. Und in so einem Umfeld, wo man viele Leute kennenlernt oder kennt und man mit 4 oder 5 Leuten spielen kann, was im normalen Leben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, in letzter Zeit nicht so häufig der Fall war. Da würde ich auch gerne nochmal was spielen, was dann eben in so einer Runde aufblüht. Das ist definitiv die Crew. Das habe ich aber schon tatsächlich ein paar Mal gespielt, die letzten Wochen zu dritt und zu viert. Aber dann denke ich mir, worauf habe ich nochmal richtig, richtig Lust. Und es kam nichts anderes mir in den Sinn, sofort nach die Crew, als Deception Murder in Hongkong dachte ich, ja, hätte auch auf der 1 sein können, aber ich wollte noch ein paar andere Spiele nochmal mehr austesten. Aber wenn es dazu kommt, dass ich eine Gruppe finde und das Spiel da verfügbar sein wird, dann will ich das unbedingt spielen. Eines meiner absoluten, es könnte glaube ich in der Top 10, ja, Top 15 vielleicht, aller Zeiten sein für mich. Ein Social-Deduction-Spiel, wo jede Rolle fast gleich viel Spaß macht, mir zu spielen. Also man spielt auch meistens nicht eine Runde, weil es so viel Spaß macht und dann manchmal auch dort einen Tick schneller vorbei sein kann, wo man aber auch sofort in die Action geworfen wird. Egal, in welche Rolle man ist, man hat sofort vor, sich entweder zu verteidigen oder rauszubekommen, wer der wirkliche Mörder ist oder sich zu verstecken, wenn man der Mörder oder der Komplize ist. Super, super, super spaßiges Spiel. Und wenn ihr es seht oder mitbringt und es spielen wollt, dann sucht mich und sagt, heute bei der Game-Manage spielen wir das Flo. Ja, machen wir gerne. Weil es halt auch ab fünf Spieler super, super gut funktioniert. Vielleicht sogar vier. Nee, fünf ist schon so das Minimum, was man braucht. Ich meine, man kann es zu viert spielen, aber ab fünf ist deutlich besser. Ja, und ansonsten, ich glaube, ich habe es schon mal in ein paar Top-Listen erwähnt. Deswegen werde ich jetzt weiter in die Top-Fünf voranschreiten. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr Deception seht und unterm Arm habt, sucht mich bitte auf der Berlin-Con. Dann in der Top-Fünf, auf Nummer fünf, ist Vienna Connection. Und das war auch, weil ich eben, das ist so der spirituelle Nachfolger zu Detective, Modern Crime Board Game, so ein Ermittlungsspiel, sehr komplexes Ermittlungsspiel. Letztlich nochmal gespielt, die LA Crimes Fälle und die ersten Fälle, die da rauskamen, die ja eher so für Familien angehaucht waren. Das hier ist, glaube ich, wieder für absolute Profi-Ermittler, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Sehr komplexe Fälle, viel wirklich Ermittlungsarbeit, die man da machen muss mit einer App beziehungsweise Web-Unterstützung, wo wir die Ergebnisse und eine Datenbank abfragen können. Ich habe genau die richtige Gruppe dafür, mit der ich das spielen will und erst dachte ich wirklich, es sei meine Nummer eins und dann kamen halt noch vier andere Sachen mir in den Sinn, die ich noch einen Tick lieber oder weiter höher vermute, die ich noch lieber spielen möchte. Aber Vienna Connection ist wirklich was, wo, ich will jetzt nicht schon wieder sagen, wo ich mich drauf freue, aber wo die Vorfreude riesig ist drauf. Nicht in der Halle würde ich das spielen und nicht auf der Game Night, weil dafür ist es mir in Anführungszeichen zu schade die Zeit da, die verbringe ich dann lieber mit einer größeren Gruppe oder mit ein paar mehr kleineren Spielen anstatt hier so zwei, drei, vielleicht vier Stunden, weil es angeblich kürzer sein soll, die Fälle da zu verbringen. Aber ich würde es mir auf jeden Fall holen, wenn es das da gibt und dann Abend klemmen und dann wüsste ich, was in der ersten Brettspiel, am ersten Brettspielabend hier bei mir zu Hause gespielt wird, wenn die richtige Gruppe dann da ist. Und ich glaube, alle, die solche Spiele mögen, wissen, mit wem sie das so spielen können. Ich mag das Setting, Vienna Connection, deutlich lieber als Detective, wobei Detective L.A. Crimes schon cool war oder cooler war vom Thema als das generelle Detective, wo ich überhaupt nichts gegen hatte. Aber dieses Vienna Connection ein bisschen mehr James-Bond-Feeling bei mir aufkommen lässt. Und man muss ja auch sagen, dass sowohl Detective als auch die ganzen anderen Erweiterungsfälle und die ersten Fälle, die da kamen, schon durchaus thematisch waren. Also ich habe mich immer sehr, sehr gut wiedererkannt. Also was heißt wiedererkannt? Nicht in der Situation, aber durchaus durch die Ermittlungsarbeit, die man da gemacht hat, als Ermittler gefühlt. Das war ein großes, großes Plus, die die ganzen Spiele da hatten. Ich hoffe, Vienna Connection steht mir nichts nach. Nummer 5, Vienna Connection. Dann auf 4, ein Spiel, was gestern erst Nils mir geschickt hat, der gesagt hat, ey, guck mal hier, Shamans oder Shamans. Dachte ich mir so, ja, okay. Hatte ich schon mal gesehen vom Cover und ich finde, das Cover sieht halt nicht hässlich aus, aber jetzt auch nicht viel sagen. Das könnte alles sein. Sehr abstrakt. Dann hat er aber gesagt, also Nils mir geschrieben, das ist von Cedric Chabussi und das ist ja der Autor meines Lieblingsspiels von Lewis und Clark und dann noch mehr gehypt war ich dann, als ich gehört habe, dass das ein Trick-Taking, also ein Stichspiel ist, mit Deduktionselementen. Und sowohl bei, generell bei Stichspielen bin ich schon mal hellhörig, gerade letztlich nochmal Ticho gespielt, was ich super, super klasse finde und wenn dann Stichspiel noch mit etwas kombiniert wird, was es normalerweise nicht hat, wie zum Beispiel bei The Crew mit einem kooperativen Spiel, was da fantastisch funktioniert hat. Hier Deduktion, was war, wo ich schon mal selber drüber nachgedacht hatte, könnte man das nicht mehr verbinden und probiert habe, so ein Spiel darum zu entwickeln, was null funktioniert hat. Aber bei Shemans und bei, oder Shemans, bei Cedric Chabuzzi hoffe ich, dass das gut ist. Ich bin, es ist deswegen nur auf Nummer 4, weil ich denke, das könnte trotzdem floppen. Ich hoffe nicht, weil ich weiß nicht genau, die Karten sehen jetzt nicht sehr unterschiedlich aus, die auf der Rückseite der Box und hier in der Beschreibung von Botkin Geek sind ein paar Sachen erklärt. Ich checke es aber trotzdem noch nicht so ganz. Ich glaube, das ist etwas, was man typischerweise dann erst komplett begreifen kann, wenn es vor einem aufgebaut ist. Aber wenn es klappt, hat das das Potenzial für mich, ein absolutes Highlight des Jahres zu werden. Wo ist die Rückseite der Box? Also die Karten sehen cool aus, keine Frage. Hier war das. Man muss quasi anhand der Karten, die man spielt und anhand der Stiche, denen man folgt und welche Karten man bedient, ist man quasi in der Gruppe zugehörig und es gibt so Chips mit Spezialfähigkeiten, aber wenn man nicht der Karte folgt, die aufgespielt wurde, dann bringt man irgendwie Dunkelheit drüber. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Dafür wirkt es mir zu abstrakt und ich kenne auch Studio H nicht als Publisher, als dass ich da sagen könnte, hey, die bringen aber immer gute Spiele raus. Das weiß ich halt alles nicht. Dennoch, und gerade weil es auf der BerlinCon hoffentlich irgendwie, ich hoffe es, es kommt bei Korax Games, glaube ich, im Deutschen raus, vielleicht bringen die ja was mit, weil es gerade da auf der BerlinCon vielleicht drei oder vier andere gibt, die mit mir ein Stichspiel spielen möchten, hoffe ich, dass ich da Probe spielen kann und wenn es mir gefällt, natürlich direkt einzupacken, wenn es verfügbar ist. Sieht auf jeden Fall sprachneutral aus, das heißt, vielleicht ist ja auch eine englische Variante da irgendwie im Umlauf. Ich drücke mir und uns allen die Daumen, dass das funktioniert und dass Cedric Chaboussi ähnlich gut da designt hat, wie bei Luis und Clark, aber wer weiß es schon. Dann Nummer drei ist ein Spiel, ja, ich habe das Gefühl, ich rede in jedem Video irgendwie über dieses Spiel, ja, aber es ist halt eines meiner Lieblingsspiele und zwar Fantastische Reiche und auch hier kommt eine Erweiterung oder ist schon eine Erweiterung rausgekommen im Englischen, The Cursed Horde, die, wie heißt es auf Deutsch, ich habe es hier glaube ich wieder auf, genau, Der Verfluchte Schatz von Schrummann Games wieder, das soll im vierten Quartal rauskommen, aber vielleicht ist ja schon irgendwie dann doch eine Variante da verfügbar oder die englische Variante, ich würde es auch da mir einsacken und austesten. Ich glaube, ich nehme sogar das Grundspiel mit, dass ich eins habe und wenn mich jemand nach einem kurzen Spiel fragt, dann können wir auch mal Fantasy Reams spielen oder sowas. Ich hoffe, es passt noch in den Koffer, aber ich denke schon und ja, also ist ja so ein Spiel, wo man seine Kartenhand zusammenbaut und sieben Karten, sieben, ja genau, sieben Karten am Ende haben muss, die sich am besten miteinander kombinieren, nicht nur die Punkte, die die Karten haben, sondern auch die Spezialfähigkeit und die Bestrafung, die manche Karten haben, so kombinieren, dass man am Ende die beste Kartenhand aus 200, 300 Punkten dann hat. Aber diese Fähigkeiten zu kombinieren, die sich teilweise widersprechen oder ergänzen in, weiß nicht, 10 Minuten macht so einen Spaß und hier kommen nochmal neue Kartenarten rein, neue Spezialfähigkeiten, die so bahnbrechend sind, dass sie teilweise Minuspunkte bringen, weil sie so gut sind. Wirklich was, worauf ich mich schon auch über ein Jahr gefreut habe und ich hoffe, dass es da jetzt endlich auf der Berlin-Karte vielleicht das ein oder andere Exemplar gibt. vielleicht hat es auch einer von euch auf dem Flohmarkt zu verscherbeln und lass es mich wissen, dann stürme ich den Flohmarkt nämlich schon am, probiere da schon irgendwie Freitagmorgens reinzukommen, nein, aber das ist wirklich was, wenn ihr es habt oder genau, wenn es das dann nicht gibt, aber es hat einer von euch schon irgendwie privat, dann wäre es vielleicht nicht zu viel verlangt von mir zu fragen, nehmt es doch bitte mit, die paar Karten und wir probieren es da mal. Fände ich sehr, sehr cool, wenn das jemand macht. Deswegen der Verfluchte Schatz hieß es? Genau, der Verfluchte Schatz, die Erweiterung zu Fantastische Reiche auf der Nummer 3 und bei Nummer 2, ja, ich kann es dir einfach mal zeigen, es ist das Kneipenquiz, ein Spiel, was auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ihr seht es hier, 2016, aber es war das Spiel, wo ich, was mein absolutes Highlight auf der letzten Berlin-Con war, wo ich Nils und Svenja kennengelernt habe, wo ich noch viele andere Leute kennengelernt habe, was absolut spontan, also überhaupt nicht geplant war, sondern irgendwie haben zwei Leute, die ich da kennengelernt habe, gesagt, ja, wir können aber nur bis 19 Uhr spielen, danach findet so ein Kneipenquiz statt, wo ich mich dann reingemogelt habe und dann noch mehr Leute kennengelernt habe, die super nett sind und ich hoffe, dass das wieder stattfindet, Moses Verlag soll angeblich da sein auf der Berlin-Con, ich habe keine Infos, ob es wieder ein Kneipenquiz gibt, wenn nicht, hoffe ich, dass wir das zumindest so spielen können in der Game Night, dann werde ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass ein paar Quizfragen zur Verfügung gestellt werden und wir das in vielleicht zwei oder drei Teams machen können. Also der Nils ist auch sehr, 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 sehr gut da drin, der macht auch sehr viele, sehr, sehr gute Quiz-Sachen, also der hat viele Quizabende schon veranstaltet und wenn es von Moses, und wenn Moses irgendwie zuguckt oder ihr es wisst, dann lasst mich wissen, ob die das machen, weil sonst nehmen wir noch ein paar mehr Fragen mit in den Rucksack und den Koffer und probieren so einen Kneipenquiz auf die Beine zu stellen. Vielleicht noch nicht in der größten Runde, aber, oder nicht so groß, wie das letztes Mal war, natürlich nicht möglich, aber dieses Team-gegen-Team-Quizzen, die 90 Minuten oder zwei Stunden, die wir da das letzte Mal gemacht haben, das war so, so toll, das war so viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich kann mich an wenig Sachen erinnern, die mir im Brettspielbereich, Quizbereich, Kneipenquizbereich, so viel Spaß gemacht haben, wie das 2019 auf der Berlin-Con. Deswegen ist das auf, es wäre auch beinahe auf Nummer 1 gewesen, es war so eine Fifty-Fifty-Entscheidung, was dann auf Nummer 1 landet, aber ich freue mich, wenn wir, wenn ich da neue Leute kennenlerne, wieder euch, die ihr dazu guckt oder generell Leute, die gerne mitquizzen und die Fragen sind halt so witzig gestellt, dass man, selbst wenn man es nicht weiß, vielleicht noch eine Idee hat oder halt gar keine Idee hat und dann irgendwie antwortet, was war der 1963 durchgeführte Zaubertrick von David Copperfield, dann einfach Aquarium antwortet. Das kann man halt auch machen. Das ist zwar falsch, aber es ist witzig. Deswegen, ich freue mich, ich muss aufhören, ich freue mich zu sagen, das letzte Mal, ich freue mich auf das Kneipen-Quiz und jetzt kommt Nummer 1 und ich probiere gerade, wie ich mich anders ausdrücken kann, dafür sind meine Worte zu begrenzen, deswegen einfach Nummer 1, Ark Nova, wo ich bis vor anderthalb Wochen noch nichts drüber gehört hatte. Ich weiß gar nicht warum, irgendwie ist, wenn es so groß angekündigt wurde, an mir vorbeigegangen oder es wurde eben nicht groß angekündigt, obwohl es von Feuerland-Spiele kommt, wo ich immer sehr hellhörig werde, wenn die was ankündigen. Und zwar ist das ein Spiel, was ich direkt mit Terraforming Mars in Verbindung gebracht habe. Vielleicht tue ich jeglichem von diesen Spielen, entweder Ark Nova oder Terraforming Mars, unrecht, aber diese ganzen verschiedenen Karten, auf denen das Spiel beruht, über 250, glaube ich, sind halt verschiedener Art, die haben verschiedene Fähigkeiten, die sind teilweise auch deutlich komplexer als so jetzt von einem 0815-Spiel, wo es um Kartenfähigkeiten geht. Also das ist jetzt nicht irgendwie Seven Wonders, sondern schon sehr, sehr komplex, was bei Terraforming Mars ja auch so ist. Und ich liebe es eben, wenn so ein Spiel, eine Spielrunde von einem Spiel nicht wie die andere ist, weil es eben so viele Karten, so viele einzigartige Karten gibt. Wir bauen wohl unseren Zoo auf, was ich als Thema auch schon sehr knuffig finde, was es aber so als Expertenspiel in dieser Art noch nicht gibt. Ich meine, es gibt ganz, ganz viele Spiele, eben weil Cascadia auch schon erwähnt und Flügelschlag, klar, kennt jeder, wo es um den Aufbau von einem, weiß nicht, Vogelreservat oder sonst irgendwas geht oder auch damals Zuloretto, wo es aber als Familienspiel umgesetzt war. Aber als Expertenspiel, obwohl das ja ein sehr, sehr schönes, sich anbietendes Thema für Spiele ist, gibt es das eben noch nicht. Auf der Board Game Week Seite hier gibt es ein paar Hinweise, dass es wirklich ein Expertenspiel ist und auch die ersten Bewertungen hier beim Wait deuten darauf hin. Aber es ist halt, wenn ich es richtig rausgelesen habe, hat man so eine gerankte Kartenreihe hier und je nachdem, wo die liegt, ich weiß nicht, wie die dann sich vertauschen, gibt es eine stärkere Ausführung der Karten, die da liegen. Also ich nehme an, dass hier die beim 5, die beim Slot 5 liegen, die Karten häufiger aktiviert oder besser aktiviert werden können, als die, die hier liegen. Das ist alles was. Und auch dieses Grid hier, wo man den wirklichen Zoo dann aufbaut, wo man, ich nehme an, die Tiere oder die Reservate oder die Biotope reinpuzzelt. Das sieht wahnsinnig spannend für mich aus. Mögt ihr vielleicht sagen, äh, 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 direkt aus der Euro-Hölle. Ja, möglich. Aber das haben ja viele Leute oder das sagen viele Leute auch über die nicht ansprechende Gestaltung von Terraforming Mars. Und dann, wenn sie es spielen, dann merken sie, ah, Moment, da steckt viel, viel mehr hinter. Und dieses Spiel hier, finde ich zumindest, Ark Nova, sieht sogar noch wirklich ansprechend aus. Also, ähm, manche der Karten sehen auch ein bisschen so aus, als wären sie so, äh, ne, sie sehen nicht so schlimm aus wie Terraforming Mars. Aber manche Karten, äh, wahrscheinlich auch, weil es so viele gibt, haben für mich ein bisschen an, also so ein bisschen fotorealistisches Artwork, während andere hingegen wieder so ein bisschen mehr gezeichnet aussehen. Aber auf gar keinen Fall so schlimm in Anführungszeichen wie Terraforming Mars. Und eben die, die Bandbreite dessen, was da möglich ist, finde ich so, so spannend. Jetzt habe ich mit Feuerland tatsächlich Kontakt aufgenommen und gefragt. Es ist nicht ganz klar, ob es, äh, einen testbaren Prototyp dazu gibt. Ähm, aber... Klappe. Aber wenn, dann werde ich zum Feuerlandstand sprinten und, ähm... Mit dem Prototyp klauen. Nein, aber ich werde, ähm, ich werde mein Übrigstes tun, um da, ähm, mehr Informationen rauszubekommen, denn das ist bisher recht spärlich. Ähm, wobei, gibt es vielleicht sogar... Ha, guck mal, es gibt sogar Regeln. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ich bin auch blöd. Ich hätte einfach mal runterscrollen müssen. Die lese ich mir gleich direkt durch. Aber ich bin mir sicher, nichts, was ich in diesen Regeln finden könnte, würde mich weniger aufgeregt machen, sondern eher noch mehr aufgeregt. Ähm, Und auch wenn ich jetzt nicht sagen kann, dass ich mich darauf freue, das ist auch was, wo ich sehr, 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 sehr gespannt drauf bin, wie es umgesetzt ist. Klar, sonst wäre es nicht meine Nummer 1. Ähm, ich weiß nicht, ob die Boxen hier drin mitkommen, aber das sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Und es macht mich einfach, ähm, ja, aufgeregt. Ich weiß nicht, was dieser Scoring-Track hier um dieses komische Brett soll. Was die... Sind das alles Worker-Placement-Felder? Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr schon mehr, wenn ihr die Regeln gelesen habt und nicht wie ein Depp da einfach drüber gescrollt seid und nicht einfach mal geguckt habt. Es soll aber, also auf jeden Fall mit 2021, ähm, angegeben. Und, äh, Frank von Feuerland hat auch in einem der Foren geschrieben, dass die ersten, äh, Pre-Production-Exemplare wohl Ende September raus, oder bei denen ankommen. Deswegen können sie noch nicht wirklich was zeigen, was, was Videos angeht. Aber, äh, hoffen wir mal, dass das vielleicht dann in Essen, äh, wobei das wahrscheinlich ein bisschen früh, aber hoffentlich noch dieses Jahr irgendwie rauskommt. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Aber nicht nur auf Ark Nova, sondern auch auf die zwölf anderen Titel, beziehungsweise auch auf den Flohmarkt und generell auf die BerlinCon 2021. Wenn ihr Fragen habt, dann lasst die gerne unter dem Video in den Kommentaren da, wenn ihr Anmerkungen habt. Auch, wenn ihr Fragen beantworten könnt, guckt, ob da eine Frage gestellt hat, die ihr beantworten könnt. Ich habe ja auch genug Fragen gestellt. Ähm, wenn ihr mir die beantworten könnt, auch gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns ab Freitag in Berlin. Sprecht mich gerne an. Ähm, ja, und ich freue mich, freue mich wirklich, wirklich sehr drauf, dass das, äh, stattfinden kann. Und dass die, äh, das nette, wirklich unfassbar nette Team, äh, von der BerlinCon, also a, die wiederzusehen, und b, ähm, auch wieder, äh, mir geschrieben haben, ey, kommst du wieder vorbei und so was? Also, ich freue mich tierisch drauf, weil das ist wirklich, ähm, eine sehr familiär geführte Brettspiel-Convention, wo ich mich tierisch drauf freue, äh, alle Leute wiederzusehen. Sowohl die Betreiber als auch euch, als auch Leute, die ich da schon kennengelernt habe. Ähm, deswegen, wir sehen uns, ja, diese Woche. Wahnsinn. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss. Musik Musik Musik